Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Folge von Hogwarts Legacy. Hier sind sehr viele Kisten. Sehe ich gerade. Hier hinten. Drinnen wahrscheinlich. Oben. Also die Häuser sind hier schon liebevoll designed. Ah, ein bisschen Geld. Naja. Sorry, mein Husten, das wird nichts, glaube ich. Ich werde der Streamer sein, der... Nicht Streamer, äh... Ich werde der Typ sein, der was auf YouTube die ganze Zeit hustet. Das ist mein neuer Stil. So. Okay, da sind noch Kisten. Ich nehme mich alles mit. Das ist auch alles Geld, wenn ich... Wenn da was drin ist. Du gehörst mir, Demi-Guys. Okay. Ah, ist zu hoch. Okay, ist... Kann ich vergessen? Äh... Hier beim Brunnen ist was. Okay. Vielleicht steige ich ja noch auf. Oder auch nicht. Da, das muss ich auf jeden Fall mitnehmen. Wenn es mir in so einem kleinen Dorf wohl ergehen würde. Jetzt können sie in Sekundenschnelle von und nach Fultcroft reisen. Da ist noch eine Kiste. Wahrscheinlich hinter oder vor dem... Äh, in dem Ding drin. Okay. Wieder so ein Griff. Bringt mir das was? Die Griffe? Okay. Jetzt habe ich aber die Mission abgeschlossen. Schauen wir die nächste? Oder... Hier wird doch sicher auch eine Mission sein, oder? Nee, hier. Komm. Wir reisen kurz da hin. Und schauen, was die Mission da ist. Die wollte ich ja machen. Hm. Hi, Lady. Nein, nicht Akio. Ich gehe aufs Klo. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Vielleicht? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Mafia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Kopf nachgegrübelt. Er behauptete, es handele sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Oh. Sportlich. Ein nur altes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie, ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle. Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen. Also, vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Ja. Ich werde einen Blick darauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels gedenken. Okay. Da fliege ich hin. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Rebellion. Hier ist nichts. Oh, achso. Das ist das Ding. Da, Troll. Ist da ein Troll? Das ist das Symbol von dem Troll. Die sind nicht wirklich stark. Kann ich die auch von hinten? Demoralisieren. Demoralisieren. Konflicto. Arrestung. Archeo. Nein, bin ich... LOL. Ich bin instant tot? Okay, das... Bin ich das erste Mal so richtig gestorben? Nein. Boah, ey. Das war jetzt aber... Der stirbt nicht mal davon. Okay, ciao. Also, wenn der nicht mal da... Gibt es hier irgendwas? Der ist halt nicht mal von der Explosion... von meiner starken Magie da gestorben. Was sind auch die Viecher? Das ist die Statue, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ja, ja, was? Ja, geh mal da rein da. Warum sind hier nur so viele Vasen? Ja, frage ich mich auch. Ah. Was passiert, wenn ich das mache? Okay. Das glaube ich... zu aggressiv. Was war das? Das glaube ich. Wieso geht das nicht? Muss ich... Muss ich... Weil da ist so ein Explosions... Komm, bring! Ich sollte versuchen, alle Vasen zu finden. Ich glaube, es sind nicht mehr viele Vasen. Okay. Nein, das wollte ich nicht. Geh doch rauf da. Hier war ja noch so eine... Also mit dem Besen fliegen... Hier drin ist keine Vasen, oder? Ne. Hä? Hier fehlt aber noch... Da. Arresto, Momentum. Spin ich? Hier wird doch noch irgendwo so eine Vase sein. Hier. Komm, bring! Ich habe es gleich geschafft. Nur noch eine Vase. Eine Vase. Okay. Wo könnte die eine sein? Es wäre irgendwo logisch, wenn die da irgendwo drinnen ist. Hier. Ich kann hier nicht landen. Wo finde ich diese eine besondere Vase? Da. Lol. Ich habe die einfach übersehen. Und jetzt? Bosskampf? Ist das Merlin zufällig? Starten? Lol. Ich kann da rein. Äh. Nö. Bereit? Nee. Well. Oh. Oh! Oh! Constructo! Incentive! Arresto-Moment! Achir! Protego! Constructo! Incentive! Oh! 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 Protego! Protego! Vadoof! Oh! Okay! Ah, Mist! Ah, Mist! Constringo! Huh? Protesto! Arresto, Momento! Akir! Ins Hände! Constringo! Oh! Das war echt knapp! Ja, Welle 2! Ich muss 5 Wellen überleben? Alter! Protesto! Dich? Einen Wolf in den Schafen verwandelt! Jo! Oh Gott, das ist so ein Frosch. Oh Gott, was ist hier los? Okay. Okay. Okay, also die Herausforderung hat es in sich. Der Troll geht ja alleine. Aber die anderen, wow. Da gehe ich mal wieder zu ihr hoch und sage, dass das eine Aufgabe für Idioten ist. Für ultra starke Idioten. Was ist hier? Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? Keine Ahnung. Was hast du diesmal für mich auf Lager? Merlin. So, Lady. Ich habe es herausgefunden. Madame Twiddle? Ihr Mann hatte recht. Die Statue war Teil eines Rätsels. Oh, wirklich? Wie aufregend. Ja. Ich musste mehrere große Vasen zerstören. Was wohl eine Art dunklen Zauber an der Statue aktiviert hat? Gut gemacht. Oh, es fehlt mir jemanden wie Sie, um mich zu haben. Mit Wissensdurst und Scharfsinn. Meine Neugierde wurde gestillt. Ich danke Ihnen. Ach, kein Problem. Und wer weiß, was mir bei meinem nächsten Ausflug begegnen wird. Glaube ich dir. Oh, mein Mann würde sich sehr freuen, dass er recht hatte. Aber ich habe jetzt dadurch jetzt kein Geld wirklich bekommen, oder? Sieht interessant aus. Okay. Hier sind Merlins Aufgaben. Hier sind einige... Ist das Ort alter Magie? Oh, da sollte ich mal hin. Ort alter Magie. Wo ist das? Genau. Rechts von mir. Da so. Ist das das? Was so sehr auffällig da ist. Pflege ich genau drauf zu? Ja. Das daneben eher. Hm. Was ist das? Feuer? Sieht aus wie Kohlen. Was habe ich jetzt ausgelöst? Hm. Hier ist nichts. Ich höre hier irgendwas. schon lange verlassen. Okay. Ah. Da ist was. Da oben. Hier scheint aber keine Gegner zu sein. Frost. Okay. Hat wahrscheinlich irgendwas zu bedeuten. Euch nehme ich mit. Da ist nichts. Danke. Ganz wenig Geld. So. Hier werde ich Frost drauf anwenden. Frost. Frost. Pack ich mal da hin. Oh. Da ist irgendwas aufgegangen. Habt ihr das gehört? Das ist hundertprozentig. Irgendwas aufgegangen. 急. Oh. Okay. 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 das geht auf hier aber okay ich habe so ein bisschen probleme damit ich kann hier nicht landen ah das ist so ein stein ich habe keine ahnung was da jetzt gerade los ist ah ich muss hier einfach nur ok ok uralte magie und irgendwas ist auf mich drauf gefallen das hier lass mich raten das falsch ich brauche den anderen zauber den hier so geht es so lass mich raten ich lege das da drauf und dann ist und dann muss ich das noch füllen mit energie oh gott bin ich gut ich bin so gut hier ist nichts aber das ist das sicher wenn ich hier einfach so rein spaziere sonst ist hier nichts nein lol aber spannend ok ein bisschen geld ist hier nicht die magie oder habe ich das schon ok das habe ich jetzt auch finde ich gut aufgaben mal gucken weil da fehlt jetzt immer noch fokustrank fokustrank kostet ja tausend irgendetwas für den fokustrank brauche ich hier die pflanze flussgras ich brauche halt flussgras ich habe hier den fokustrank ja komm ich mache jetzt wo ist ein map da karte so hier hin ich schaue jetzt ob ich da die zutaten für den fokustrank bekomme ich bezweifle es sehr stark oder bei ihm beim bauern da stimmt kriege ich da das komische flussgras flussgras ich kann das hier einfach kaufen kein ding kannst du das hier zu geld machen ja hat man mir schon oft gesagt soll das hier auch ok jetzt geht es los Leute ich kann behaupten meine regale wären leer ok Hogwarts bitte dann hier hin jetzt können wir das flussgras flussgras komm herbei ich sollte auch noch paar andere trinke einfach schon auf vorrat produzieren hier drüben so gut gut ja ich kann jetzt endlich so flussgras hier ist platz bitte kann ich dich pflanzen nee oder nee oder okay ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht dass ich dafür das andere ding brauche hier war das oder ja das habe ich ja jetzt ausgerüstet das ist ein bisschen besser oder nee das ist nicht besser das was ich anhabe ist besser oder na das ok erhöht Schaden durch alle Pflanzen das klingt gut ja das hier das sieht nicht gut aus oder nee ich mache das mal wieder ok hm ist nicht besser ist auch nicht besser ich kriege dafür halt auch nicht viel Geld und ich habe da jetzt für Geld ausgegeben ich brauche diesen Pflanztopf ey das 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 ist doch Mobbing oder und für den Pflanztopf das kostet tausend irgendetwas Ausrüstung ich habe ah das heißt ich muss weitere Missionen machen ich kriege vielleicht komme ich auf wenn ich Glück habe so ein bisschen über tausend ja komm Map wir gehen nochmal hier hin mal kurz da hin das ist einfach nicht gut ich bin nicht zufrieden Leute ich bin einfach nicht zufrieden ein Fehler ein Fehler nach den anderen kriege ich hier überhaupt ein bisschen mehr als Lust auf eine kleine Stilveränderung wir haben eine große Auswahl sehen Sie sich in Ruhe um 150 oh könnte sich das vielleicht ausgehen ok das könnte sich ausgehen Leute jetzt ist mir egal ja ciao ciao quatsch mich nicht voll Junge äh ich will jetzt schauen ich hoffe ich bete dafür dass ich so 15 alles voll wow ok durchgehen mhm jetzt ist die Frage das ist der Tränkeladen ganz cool hier einfach mal trinken katze streichlich jetzt nicht hier auf der Straße müsste das sein ja hier ja mein Freund was geht schön ein bekanntes Gesicht zu sehen ok äh Zauber Komposter nee Zauber kostet das 500 Alter 200 fehlen willst du mich verarschen äh wo hab ich den Pflanztopf was die Fähigkeit frei eine Schneid naja das hier das glaube ich habe ich letztens Zauber mit drei mit Größen Körpern das war's das wäre dann nichts größere für 1500 ach komm mit zwei mittelgroßen Töpfen drei mittelgroßen Töpfen brauche ich einen großen das ist nur mittelgroß alles ja gut ich habe nicht genug lassen sie mich wissen wenn ich ihnen anderweitig helfen kann ja gib mir geld kann ich hier leute überfallen ja ist mir egal wollt ihr mit mir reden ich fühle mich einsam hier willst du mit mir reden ja ignoriert mich alle wollt ihr reden hallo wieso redet niemand mit mir ich bin auch nicht unsichtbar hier red mit mir Junge Junge lauf nicht weg ich werde so eiskalt ignoriert das gibt es doch nicht okay gut ich brauche irgendwie was anderes das ding ist wie 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 soll das funktionieren und selbst wenn ich das dann nicht durch einen dreiertopf machen kann schaffst und wenn du Fokusdrank ich mach das jetzt mit dem Fokusdrank oder ja komm ich glaub der kostet nur 1200 äh Fokusdrank wo war jetzt nochmal da komm okay Fokusdrank da oben ist eine Kiste interessant wo war das nochmal hier danke nochmal für das liefern dieser Tränke an Madame LaWong hat mir viel Zeit und Ärger erspart äh so ein Trank kostet nur 500 ja komm gönne ich mir jetzt eine weise Entscheidung vielen Dank okay äh ganz kurz nochmal die Mission nachlesen weil ich will jetzt da nicht 500 umsonst ausgegeben haben beschaffe und teste einen Fokusdrank also muss ich nur verwenden okay Fokusdrank wurde verwendet hm okay jetzt lerne ich den Zauber und dann geht es weiter mit der Mission Leute ah aber er ist in der nächsten Folge vielen Dank fürs Zusehen das war jetzt ein Krampf bis hierhin hab euch lieb ciao ciao